Musik Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern. Das ist das Ziel 8 der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, welches bis zum Jahr 2030 erreicht werden soll. Arbeit steht im Mittelpunkt unseres Lebens. Ohne sie könnten wir unseren Lebensunterhalt nicht finanzieren. Stell dir einmal vor, du arbeitest in Bangladesch als Näher oder Näherin und kannst von deiner Arbeit weder dich noch deine Familie ernähren. Grenzt das nicht schon an Sklaverei? So geht es 700 Millionen Menschen weltweit. 40 Millionen Menschen müssen sogar Zwangsarbeit verrichten, eine moderne Form der Sklaverei. Dabei handelt es sich oft um Zwangsprostituierte, Minenarbeiter, Bergarbeiter oder Privatangestellte in Haushalten. Dabei ist die moderne Sklaverei nicht mit der ursprünglich praktizierten altertümlichen Form vergleichbar. Die zentralen Merkmale von Sklaverei wie Beherrschung, Gewalt und Ausbeutung bleiben jedoch bestehen. 24 Stunden Schichten, körperliche Verletzungen und sexuelle Belästigungen sind in der Textilindustrie in Ländern wie Indien und Bangladesch an der Tagesordnung. Menschenhändler nutzen dabei die oft prekären Situationen armer Familien und Migranten aus. Für jeden Deutschen arbeiten im Durchschnitt 60 Sklaven. Denn lange Produktionsketten machen die Arbeitsbedingungen kaum durchschaubar. Doch versuchen wir einmal mit einem Beispiel ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Hast du dir heute Morgen ein T-Shirt übergezogen? Oder letzte Woche gerade eins gekauft? Hast du dich vielleicht darüber gefreut, dass es sehr billig war? Nur 4,95 Euro? Ein super Schnäppchen! Schauen wir uns doch mal an, wer da genau von den 4,95 Euro profitiert hat. Die Baumwolle, aus dem dein T-Shirt besteht, wird in Indien angebaut. Dabei werden hochgiftige Pestizide eingesetzt, die das Grundwasser, die Böden und die Menschen, die die Baumwolle herstellen, vergiften. Versponnen wird die Baumwolle dann in einem Textilbetrieb in der Türkei. In Taiwan wird der T-Shirt-Stoff gewebt und in Polen gefärbt. In Bangladesch wird das T-Shirt dann von Amisha genäht. Amisha ist 27, dreifache Mutter und kümmert sich neben ihren Eltern auch noch um ihren kranken Ehemann. Amisha ist Näherin in einer der vielen Textilfabriken in Dakar. Sie muss 250 T-Shirts pro Stunde herstellen und bekommt dafür einen Stundenlohn von 8 Cent. Da Amisha jedoch in keinem offiziellen Arbeitsverhältnis steht, hat sie keinen Anspruch auf Urlaub, Wochenende, Kranken- oder Arbeitslosengeld oder eine Rentenversicherung. Sich in Gewerkschaften zu organisieren, um bessere Arbeitsbedingungen zu erwirken, ist Amisha verboten. Sich dem Verbot zu widersetzen, würde Amisha niemals wagen. Denn dann würde sie ihre Arbeit verlieren und könnte ihre Kinder nicht mehr ernähren. Letzten Monat ist es ihrer Kollegin so ergangen, weil sie gesehen wurde, wie sie mit einem ausländischen Mann von einer Hilfsorganisation sprach. Die Firma, bei der du dein 5-Euro-T-Shirt gekauft hast, erwirtschaftet pro T-Shirt einen Gewinn von 60 Cent. Das ist 2000 Mal so hoch, wie der Lohn, den Amisha für ein T-Shirt bekommt. Na, hat sich der Einkauf in deinen Augen immer noch gelohnt? Laut UNICEF, also dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, arbeiten weltweit 150 Millionen Kinder zwischen 5 und 14 Jahren. Viele Kinder sind auch in der Textilbranche tätig. Sie müssen arbeiten, weil ihre Eltern zu wenig verdienen, um die gesamte Familie ernähren zu können. Die Folgen liegen auf der Hand. Keine Schule, keine Bildung, schlechter Job, Armut und später müssen die eigenen Kinder wieder arbeiten, anstatt in die Schule gehen zu können. Ein Teufelskreis, den es zu durchbrechen gilt. Für ein T-Shirt, welches unter fairen und nachhaltigen Bedingungen produziert wird, müsstest du 20 Euro zahlen. Damit würdest du für die Abschaffung moderner Sklaverei sorgen und die Umweltverschmutzung minimieren. Arbeit flächendeckend gerecht und menschenwürdig zu gestalten, ist für viele Regierungen eine große Herausforderung. Entscheidend ist dabei aber nicht nur ihr Wille, sondern auch die Bereitschaft, jedes Einzelnen bestehende Umstände zu kritisieren und die Welt ein Stück besser zu machen. Deshalb sollten wir bei unserem nächsten Einkauf darüber nachdenken, wer für Billigprodukte eigentlich den hohen Preis zahlt. Und wie viel uns menschenwürdige Arbeitsbedingungen wirklich wert sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017